Musik Halli-Hallöchen Leute, Willkommens mal in einem etwas anderem Video Und zwar möchte ich gerne das Vorbereitungsvideo für mein 1000 Abonnenten Special machen Und da brauche ich natürlich eure Hilfe, weil ihr, denke ich mal, mehr Ahnung davon habt Oder vielleicht bessere Stellen aus meinen Let's Plays kennen werdet Keine Ahnung Auf jeden Fall für die Leute, die regelmäßig meine Let's Plays vielleicht schauen Und ich mache ja eigentlich immer ganz schön viel Blödsinn Eigentlich fast immer So gern in diesem Video Und ja, da wollte ich euch einfach mal fragen Ich war zum 1000 Abonnenten Special Best of Simi geplant oder so etwas Also die besten, oder die besten, die lustigsten, die traurigsten, die beklopptesten, die was ich, die informativsten Ja gut, das behindert Also die besten Stellen aus meinen Let's Plays Von allen Spielen kann das sein Wenn ihr dann noch eine vielleicht kennt oder mehrere Ich habe das R gerade so schön gerollt Auf jeden Fall, wenn ihr noch vielleicht ein paar lustige Stellen kennt oder so Dann guckt einfach mal ins Let's Play Schreibt mir am besten auf Welches Let's Play, welche Folge und welche Zeit Also von wann bis wann Das kann jetzt zum Beispiel Ace of Space Folge 40 Von 5, 30 bis 5, 10 Äh, 5, 10, ja 5, 30 bis 5, 40 sein Sollte nicht länger als 30 Sekunden sein Ich wollte da so viel möglich So viel möglich zu erstellen, wie möglich reintun Und das 900 Abonnenten Special kommt jetzt leider nicht Weil ich mit den Abos nicht hinterherbekomme Also ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmachen würdet Mir da irgendwie eine Stelle vielleicht hinschreiben könntet Ich werde mich dann irgendwann dran machen Ähm, die Stelle rausschneiden Und dann daraus einfach ein Video machen Mit so vielen möglichen Stellen von mir Und, ja Da brauche ich halt, wie gesagt, euch Ihr müsstet mich da wirklich unterstützen Wäre ganz schön nett Und, ja Dann würde ich einfach mal sagen Auf ein geiles Special Ich hoffe, ihr freut euch schon Und wir sehen uns dann einfach Wenn wir, oder wenn, ja Bei meinem nächsten Let's Play Oder keine Ahnung, was ist das nicht Oder wenn ich 1000 Abonnenten habe Auf jeden Fall Macht's gut, Leute Ich freu mich wie sau Und auf jeden Fall hier nochmal Danke für 900 Abonnenten Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder Tschüss See Tschüss 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 Tschüss